Das kleine Wendelinchen Außerdem wollen wir die lieben Förmchen da draußen noch etwas auf die Folter spannen. Ist das so okay für dich? Na gut, wenn du das sagst, dann warte ich noch ein bisschen. Aber morgen möchte ich wirklich raus. Und weißt du was, Mami? Wenn ich morgen nicht raus darf, weißt du, was ich dann mache? Dann mache ich hier drin aber so richtig ramba, zamba, so. Aber, aber, bleib ganz ruhig, mein Schatz. Dreh dich noch mal etwas auf die Seite und dann halte endlich deinen Schnabel. Na gut, Mami. Wenn du das sagst. Aber morgen, du, morgen. Ah, ganz ruhig, mein Süßer. So, Mami, deck dich wieder zu. Tschüssi. Bis später, mein Schatz. So, Mami. Bis später, mein Schatz. 모르health. Vielen Dank.